Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt. Lektion 300 Nur einen Augenblick lang dauert dieses Problem. Nur einen Augenblick lang dauern diese Sorgen. Nur einen Augenblick lang dauert diese Krankheit. Dieser Schmerz, dieser Kummer, diese Angst. Was immer du gerade empfindest, kannst du hier einfügen. Was für eine wundervolle Lektion. Zum einen kann sie ängstigen, da unsere Identität bedroht wird, die auf Zeit aufgebaut ist. Und zum anderen kann sie Freude verursachen, weil wir dadurch aufgefordert werden, eine geistige Haltung gegenüber den Dingen einzunehmen, die eine Lösung verspricht. Nur einen Augenblick lang dauert dieses. Dauert diese Welt? Was ist denn deine Welt? Deine Welt ist doch eine Welt der Begrenzung und Konflikte. Der Probleme, des Kummers und der Sorgen. Was ist, wenn dies nur einen Augenblick lang dauert? Du siehst dieses Thema, das dich gerade belastet und machst keine Zeit daraus, sondern begibst dich in den geistigen Zustand, dass dies einen Augenblick lang dauert. Du bemerkst es wohl, dass dich etwas belastet, dass dir etwas Sorgen macht, dass dich etwas ängstigt und sagst dir selbst. Und ich nehme dieses, um in die Ewigkeit zu schauen. Und schon schaust du darüber hinweg. Schon schaust du über deine Welt hinweg. Und über deine Identität. Denn nur unsere Identität mit einem begrenzten Ich kann diese Welt der Begrenzung wahrmachen. Und natürlich wirst du dies erst erfassen, werden wir dies erst erfassen, wenn wir in die Praxis gehen. Aus einem begrenzten Geisteszustand heraus sind diese Worte eine Bedrohung. Sie werden hinterfragt. Es werden Widersprüche gefunden. Es wird darüber diskutiert, dass dies nicht sein kann, weil... Anstatt es ohne Widerstand, ohne eine Art und Weise zu betrachten, die wieder weitere Zeit verursacht, einfach anzunehmen. Wie wäre es, wenn du dieses Heute-Gesagte annimmst, dem vollständig vertraust. Du schaust auf deinen Partner und du sagst dir, nur einen Augenblick lang dauert dieses Problem und ich nutze es, um in die Ewigkeit zu schauen. Welche Sanftheit, welche Stärke, welche liebevolle Güte durchstreift uns jetzt? Wie leicht wird es jetzt, wenn wir auf diese Art und Weise auf unsere Beziehungen schauen? Was sind denn unsere ganze Welt, mit der stehen wir doch in Beziehung und nutzen wir jetzt alles, um in die Ewigkeit zu schauen und nicht mehr auf die Begrenzung. Und das kannst du im Geiste tun. Du kannst dir deine speziellen Themen anschauen. Du kannst dir deine inneren Konflikte anschauen und jedes Thema auf diese Art und Weise betrachten. Und wenn du das eine Zeit lang tust, nicht nur eine Minute, sondern auch gerne jede Stunde für fünf Minuten innehältst, rückblickend schaust und du bedankst dich für das, was du in der letzten Stunde erfahren hast und schaust in die nächste Stunde hinein, nur einen Augenblick lang wird dies dauern und ich nutze diese Stunde, um in die Ewigkeit zu schauen. Und dadurch wirst du eine völlig andere Wahrnehmung erhalten auf die Welt, die du gemacht hast. Denn dein innerer Lehrer, dein innerer Meister, dein inneres Licht, dein innerer Ramana kann zu dir sprechen. Und er wird zu dir sprechen. Und er kann dir aufzeigen, dass es tatsächlich nur einen Augenblick dauert. Was wird uns gesagt im Kurs in Wundern? Der Welt ist schon vollkommen vergeben. Und du aufgrund deiner Wahlmöglichkeit kannst die Wahl treffen, entweder Zeit daraus zu machen, die nicht existiert, oder diesen einen Augenblick zu nutzen, um zu erkennen, dass alles erlöst ist, alles vergeben, alles geheilt. Und dann wirst du erkennen, dass auch du geheilt bist. Und dann gehst du in dein inneres Herz. Und in deinem inneren Herzen wird deine begrenzte Stimme verstummen, deine Gedanken verstummen. Und du schaust geheilt in eine Welt und wirst eine geheilte Welt wahrnehmen. Wie innen, so außen. Wie außen, so innen. Was ich gebe, empfange ich. Was ich im Innen fühle, muss ich im Außen sehen. Ganz einfache Prinzipien, die uns doch wirklich nur an das eine erinnern wollen. Wähle noch einmal. Wähle noch einmal. Halte inne. Und vielleicht bekommst du jetzt ein Gefühl dazu, während du dieser Stimme zuhörst, dass Zeit tatsächlich nicht existiert, sondern du dich jetzt in einem, das Raumzeitkontinuum löst sich auf und du dich in einem vertikalen Dasein befindest, in dem tatsächlich alle Gedanken, alle belastenden Gedanken, nicht existieren. Nur für einen Augenblick. Dein inneres Herz ist frei. Vollständig frei. Wir wollen nicht im Außen noch irgendetwas uns erhoffen, was eh sich auflösen wird. Spätestens dann, wenn du diesen Körper aufgibst. Wir wollen den inneren Reichtum. Den inneren Reichtum für uns wahr machen, begreifen. Wir wollen Überfluss in allem erkennen. Wir wollen Wahrhaftigkeit erfahren. Das innere Licht verschenken. Nur einen Augenblick lang dauert diese Welt. Dies ist ein Gedanke, der dazu verwendet werden kann, zu sagen, dass Tod und Kummer das sichere Los aller ist, die hierher gekommen sind. Denn ihre Freuden sind vergangen, bevor sie besessen oder überhaupt ergriffen sind. Dies ist jedoch auch die Idee, die nicht zulässt, dass eine falsche Wahrnehmung uns in ihrer Macht hält oder mehr als eine Wolke darstellt, die an einem ewig heiteren Himmel vorüberzieht. Und diese Herrlichkeit ist es, die wir heute suchen, unumwölkt, offensichtlich und gewiss. Ja, und so können wir jedes Problem, das sich uns darstellt, als eine Wolke sehen. Nur einen Augenblick dauert dies an. Lass mich über diesen winzigen Augenblick hinaus in die Ewigkeit blicken. Du kannst dir deine einzelnen Themen oder Probleme wie eine Wolke vorstellen. Und dann schaust du, wie diese Wolke verschwindet. Sehe sie wirklich verschwinden. So wie du bisher die Wolke festgehalten hast in deinem Geist, weil du geglaubt hast, dies ist ein besonderes Problem oder eine besondere Beziehung, so siehst du die Wolke in deinem Geist vorbeiziehen und verschwinden. Das ist sehr wichtig. Sehe alles verschwinden. Lass es hinter dir versinken. Sehe es, wie dies durch die einfach aus sich heraus sich auflöst. Sehe die Auflösung der Welt und betrachte dich als vollkommen frei. Und dann kannst du diese wirklich wundervolle Lektion nutzen, um einen Freiheitszustand zu erreichen, der über alles hinausgeht, was du dir erdacht hast, was Freude ist. Nutzen wir heute die Welt, um diese Freude in uns zu erfahren. Bisher haben wir sie vermutlich genutzt, um unser Leid und unser Schmerz und unsere ganze Geschichte wahrzumachen. Wir machen hier nur unsere Geschichten wahr. Ist das nicht seltsam? Ich meine, wer wärst du ohne deine Geschichte? Wer wärst du ohne die Wolke? Wer wärst du ohne den Gedanken? Meine Eltern haben damals mein Vater, meine Mutter? Oder damals ist mir dies geschehen, wer bist du ohne diese Wolke? Wer bist du ohne diesen Gedanken? Wer bist du ohne dieses Schatten Geflüster? Dann bist du nicht mehr das begrenzte Ichlein, das sich ständig erzählt, da draußen. Es gibt kein da draußen, der Welt ist vergeben. Sie hat nur einen Augenblick lang angedauert. Und wir können jedoch, wie du weißt, in der Nacht den Traum ständig wiederholen. Wir können ständig träumen, träumen von einer schrecklichen Welt. Und dann glauben wir, wir wachen des Morgens auf und sind, ah ja, jetzt, der Traum ist vorbei. Und wir bemerken nicht, dass wir weiter träumen. Jede Wolke, an die du glaubst, ist ein Traum. Denn alles, was sich verändern kann, alles, was enden wird, ist ein Traum. Es ist eine Illusion. Und deshalb können wir dies verändern. Du kannst sogar in deine, ich möchte sagen, sogenannte Vergangenheit zurückblicken und diese verändern. Ach, danke, es ist nie geschehen. Und schon hast du sie verändert. Stimmt's? Jedoch das Licht in dir, das innere Licht in dir, das kannst du nicht verändern. Das ist unmöglich. Diesen gegenwärtigen heiligen Augenblick, den kannst du nicht verändern. Aber Illusionen schon. Und so wirst du zu einem Zeitreisenden. Das wolltest du doch immer sein, stimmt's? So wirst du einem Zeitreisenden, der die Vergangenheit teilt, sie verändert, die Wolke vorbeiziehen lässt und stattdessen in die Ewigkeit schaut. Das kannst du tun. Tatsächlich. Und interessanterweise, ich kenne ja jetzt doch schon einige Menschen, stelle ich fest, dass dies nicht erwünscht ist. die Geschichte scheint oftmals wichtiger zu sein. Bis ein großer Schicksalsschlag kommt. Bis das Ende der Leidensfähigkeit erreicht ist und wir dann zur Umkehr bereit sind. Aber das muss nicht mehr sein. Auch ich wurde an dem Punkt geführt, wo das Ende der Leidensfähigkeit erreicht wurde. Für dich muss das nicht mehr sein. Du hörst heute diese Worte, du bekommst eine neue Information und kannst mit dieser wirksam sein. Und so kannst du all dein Leiden, all deine In- und Exkarnationen kannst du hiermit beenden. Weil du die Wolken siehst, die an dir vorbeiziehen und gar nichts mit dir zu tun haben. Du greifst eine x-beliebige Wolke auf und du denkst, dass dieses Problem ein wichtiges ist. Wer bist du ohne diese Wolke, wer bist du ohne die Geschichte, ohne den Gedanken? Vollkommen frei. Und das ist offensichtlich. Und hier müssen wir wieder eine wunderbare Erinnerung wachrufen. Möchtest du weiterhin Recht haben mit deinen Wolken Geschichten? oder möchtest du wirklich frei sein? Möchtest du Recht haben oder glücklich sein? Diese Frage musst du dir stellen. Ohne Aberglauben, ohne weitere konfusen Geschichten, die mir erklären wollen, wie wahr das ist. Sei froh darüber, dass ich dir nicht mehr glaube. wenn du nur einen Lehrer gefunden hast, der dir nichts glaubt diesbezüglich, dann hast du die Gelegenheit, die Geschichte aufzugeben. Und ich spreche zu dir aus dieser Autorität. Ich spreche zu dir aus dieser Kraft der Liebe. Und so kannst du dich mit dieser verbinden, um dich an deine innere Wahrheit, an dein inneres Herz zu erinnern. Verändere die Vergangenheit und erkenne, dass du Licht bist. Verändere das, an was du glaubst und erkenne, dass du Liebe bist. Und Liebe ist nun mal frei. Liebe ist nicht die besondere Liebe, die wir gemacht haben zu einem speziellen Objekt. zu einem speziellen Ding. Liebe, Liebe, die du bist, ist überall. Du bist jetzt umgeben von ihr. Du befindest dich jetzt in einem Überfluss von Liebe. Du bist jetzt der reichste Mensch der Welt, wenn du dich dieser Liebe öffnest. Denn dir wird es an nichts mehr mangeln. An nichts mehr, aber auch an gar nichts mehr. Und alles, was du für dich behalten willst, alles, schau dir es dir an, was du denkst, was du für dich behalten möchtest, hast du schon verloren. Und alles, was du großzügig gibst, ohne den Gedanken des Verlustes, das hast du für dich gewonnen. Was ich dir gebe, das gehört mir, denn wir sind eines Geistes. Aber was ich dir nicht gönne, was ich dir nicht wünsche, wovon ich glaube, dass es dir nicht zusteht, das ist mein Todesurteil im Raum Zeit Kontinuum. Und so werden wir großzügig, großzügig im Geiste, weil wir genau wissen, wir haben nichts zu verlieren. Nimm es, damit es mir gehört. Und was sagt das Ego? Ich muss es für mich behalten, dass es mir gehört. Und schon habe ich wieder eine besondere Wolke. Und schon habe ich wieder ein besonderes Problem, um das ich mich kümmern muss. Und dann werde ich zu einem Kümmerer, der doch nur eines tut, der Kümmerer hat ständig Probleme. Ständig. Ohne Unterlass. Und meistens merkt er es nicht einmal, weil er glaubt, dass er viele Dinge hat, um die er sich kümmern muss. Und dann wird jede Kleinigkeit zu etwas Großem. Und es ist nur eine Kleinigkeit, die ohne Anstrengung an dir vorbeizieht. Möchtest du überhaupt ein müheloses Leben? Frage dich mal selbst. Vielleicht sagst du jetzt ja, natürlich, hey, klar, wie kannst du so eine Frage stellen? Ich möchte, dass alles völlig mühelos geschieht. Guck mal hin, ob das wirklich stimmt. Vielleicht sagst du ja, das stimmt. ich möchte es vollkommen mühelos haben. Und gleichzeitig, wenn du ganz genau hinschaust, wirst du vielleicht entdecken, wirst du einen Glauben entdecken, dass dir dies nicht zusteht. Ein müheloses Leben. Ich Seminar, das ich gegeben habe bezüglich irgendeiner Situation befragt. Ich habe eine sehr einfache Antwort gegeben, was bleibt mir anderes übrig? Und die Person hat zu mir gesagt, ja, du machst es dir aber einfach. Da habe ich gesagt, ja, ich mache es mir sehr einfach. Ich liebe die Einfachheit und ich liebe auch die Einfachheit dieser Worte. Sie führen uns in den Klarblick und in einen klaren Geist. Zu entdecken, dass dir Mühelosigkeit gar nicht zusteht, ist etwas sehr extrem, ein großes Geschenk. Das kannst du nehmen und wie eine Wolke an dir vorbeiziehen lassen. Du schaust hin und sagst, nur einen Augenblick hält dieser verrückte Gedanke an. Lass mich über diesen winzigen Augenblick hinaus in die Ewigkeit blicken. Und dann stell dir vor, wie diese Wolke verschwindet. Und schon kann sich Mühelosigkeit zeigen, die dir zusteht. Und schon kann sich das Leben auf eine Art und Weise empfalten, von der du wohl weißt, dass dies existiert, aber es schien so weit weg zu sein. Plötzlich wird es dir klar, dass du dieses Leben bist. Durch Mühelosigkeit inspiriert, durch den Heiligen Geist inspiriert, durch die Freude inspiriert, durch die Liebe inspiriert. Ja, du bist das Leben, das du erfährst. Und jetzt erfahren wir dies in Freude, denn wir haben der Freude ein Ja gegeben. Hey, abgefahren, nur einen Augenblick lang dauert diese Welt und ich bin immer noch glücklich. Ist das nicht erstaunlich? Weitaus glücklicher als die ganzen Wolken, von denen ich geglaubt habe, dass sie wichtiger sind. Wir suchen heute deine heilige Welt, denn wir deine liebenden Söhne haben eine Weile unseren Weg verloren. Doch haben wir auf deine Stimme gehört und ganz genau gelernt, was wir tun sollen, um den Himmel und unserer wahren Identität zurückerstattet zu werden. Und wir sagen heute Dank, dass diese Welt nur einen Augenblick lang dauert. Wir möchten über diesen winzig kleinen Augenblick hinausgehen in die Ewigkeit. Wir möchten über diese winzig kleine Wolke hinausgehen in die Ewigkeit. Wir möchten über dieses winzig kleine Thema, das wir so wichtig erachtet haben, hinausgehen in die Ewigkeit. Dies ist eine sehr interessante Einladung, stimmt's? Wir können diese heute annehmen. Nimm diese Einladung an. Wir möchten einen Blick, einen kleinen Augenblick lang über diese Krankheit und über diese seltsame Idee des Todes hinausgehen in die Ewigkeit. Wir wollen die Ewigkeit begrüßen, sodass diese als unsere wahre Identität und wahre Natur begriffen wird. Danke für dein Dasein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020